Auf unserer kleinen Rundreise durch die Royal Buckler Abfüllungen starten wir mit den Original-Bottlings. Wir sind beim 12-jährigen Oloroso Sherry Finish. 46 Volumenprozente, nicht gefärbt und nicht kühl gefiltert. Hallo und herzlich willkommen zum Whisky-Turn-Table. Eigentlich wollte ich nur diese Abfüllung probieren, aber als ich sie dann hier stehen hatte, sie steht im Hintergrund schon, glaube ich, ein Dreivierteljahr oder so, habe ich mir gedacht, du kennst nichts von der Brennerei und ja, dann einfach ein Video zu machen. Klar, ich kann es euch beschreiben, nur ich finde es dann immer doof, wenn man weiß, eben nicht gefärbt, hat dann doch so eine intensive Farbe das Ding und hat einen Finish erhalten. Da bin ich bei diesen heutigen modernen Sherry-Fassabfüllungen dann doch immer so ein bisschen vorsichtig. Und ich möchte euch, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, aber ich möchte euch immer gerne einen Mehrwert bieten, keinen Nährwert. Und da dachte ich mir, wie gesagt, erstmal einen Royal Buckler davor, der keinen Finish erhalten hat. Haben wir ja erledigt, ein Video ist online, habe ich letztens hier veröffentlicht. Und dann, da sie nur zwei weitere Originalabfüllungen haben, gleich noch den 18er und 21-Jährigen dazu. Ich nehme mal meine Karte. Ach, noch ein kleiner Nachtrag. So eine elfjährige Signatory-Abfüllung kostet irgendwie so um die knappe 40 Euro. Also da kann man schon einsteigen. Der Zwölfjährige, den wir jetzt probieren, den kriegt man jetzt aktuell Ende April 2023 ab 47 Euro. Vor ein, zwei Jahren, als die ersten so teuren Zwölfer rauskamen. Ich erinnere mich da an den Glen Turret 12 Jahre. Auch nur 50 Euro, darunter eigentlich nicht zu erhalten. Fand ich echt unverschämt. Dann habe ich ihn probiert und ja, ich glaube, dauerte zwei Videos, bis ich wirklich gesagt habe, wow, was für einen Whisky, finde ich total super. Und hier bekommt man etwas, wenn man jetzt einfach mal Alter ausblendet, dass ich so schnell nirgendwo anders kriege. Der Glen Turret ist eine Vollreifung. Hier habe ich einen Finish. Ich möchte überhaupt nicht gleichsetzen. Aber daran erinnert mich das so ein bisschen. Und ich möchte sagen, wenn das Ergebnis stimmt, dann ist er von mir aus auch 47 Euro wert. Wie der Glen Turret 12 Jahre. Am Ende, wenn ich dieses Geschmacksprofil haben möchte, auch diese knapp 50 Euro wert ist. Man kriegt ihn ab und zu auch im Angebot. Ich hatte ihn damals, wie gesagt, er steht schon dreiviertel Jahr hier rum, beim Angebot gesehen und dann zugeschlagen. So. Ja, die anderen Pullen machen wir erst später. Genau. Wie lange das Finish angedauert hat, ist nicht bekannt. Die Internetseite ist zur Zeit sozusagen offline. Es gibt da nur so eine Notseite und da wird eben auf die neue Seite hingewiesen und vertröstet. Ich hoffe, die geht bald online. Finde ich ja in Ordnung, wenn man sowas aktualisiert. Gut, deshalb wissen wir jetzt nicht ganz so viel. Zum Beispiel auch nicht, wie lange das Finish gedauert hat. Aber nun gut, Farbe habe ich euch gerade mal wieder eingeblendet. Jetzt geht sie so weg. Er ist der Dunkelste. Er hat am meisten abbekommen. Und wenn ich jetzt so ein Sortiment irgendwie planen müsste und man möchte eben als Bacardi Großkonzern, die immer noch in Familienbesitz sind, so wie ich das letztens mal gelesen habe, aber auch die Familie will Rendite haben, also würde ich auch vorschlagen, wir machen ein Finish. Besonders, wenn man vor zwölf Jahren eben nicht daran gedacht hat, da irgendwie mal genug Sherryfässer abzufüllen, macht man ein Finish und das muss schön intensiv sein, um den Massengeschmack zu treffen. Und dann kann man auch ruhig ein Euro mehr nehmen. So könnte ich mir das vorstellen, denn der 18er ist ja wirklich ein Exot mit diesem, wie heißt es, das Balocortado-Finish und ja, 21er ist auch gleich dann sündhaft teuer oder naja, irgendwo etwas über der Schmerzgrenze. So, den Elfer, den Signatory, habe ich noch gut im Kopf. Mal gucken, was hier mein erster Eindruck ist. Sherry ist mein erster Eindruck. Ansprechender Sherry. Der Royal Brackler aus dem First Fill Ex-Burbon Barrel hatte auch eine gewisse Süße, die auch aus dem Fass kommen kann, aber hier habe ich das auch. Obwohl es Oloroso ist, dann sagt man ja nicht so wirklich Süßes nach, aber wir wissen nicht, wo drin seine Erstreifung lag, die bestimmt irgendwie, ich sage mal, elf Jahre gedauert hat. Waren bestimmt auch Ex-Burbon Barrels oder ja, Ex-Burbon Barrels dabei. Wie oft befüllt, wissen wir nicht, aber da kann die natürlich herkommen hier. Daran erinnert mich das. Aber dann geht es nicht weiter in diese Citrusnote, die ich hatte, auch nicht in die hellen Früchte, sondern gleich setzt der Sherry ein. Fruchtiger Sherry. Nicht alt, nicht, ich meine, ist ja logisch, es ist ein Zwölfjähriger, oder es ist nicht logisch. Ich hatte schon Zwölfjährige, die waren irgendwie sowas wie von Tod und ich glaube, sie wollten etwas Altes vermitteln, was sie aber nicht geschafft haben. Hier ist es jung, authentisch. Rote Früchte. Ich habe doch eine gewisse, vielleicht doch aus dem Brennereicharakter, die Citrusnote. Ich habe Traubenaromen. Geht aber jetzt überhaupt nicht irgendwie in so einen Rotwein-Finish oder sowas. Nein, es sind stärkere Gewürze. Vielleicht kommt dann auch wieder dieser minimale Heideanklang durch, den ich beim Signatory meinte zu spüren. Und deshalb habe ich so eine Reise zwischen Gewürzen, ein bisschen Nelke, etwas, das wie ein Hauch Zimt rüberkommt und dazu frische Frucht. Frische, rote Frucht, die aber auch ein bisschen bärig irgendwie ist. Ja, meine Traube wandelt sich gerade. Nichts mit Leder, nichts mit Politur. Also nein, das Finish hat nicht ewig gedauert und so konnte praktisch die Sherry-Note kam rüber, aber nicht jetzt zum Beispiel, wenn es europäische Sherry-Fässer waren, nicht die starken Holzaromen. Ja, wie gesagt, eine gewisse Würze, Würzigkeit, wie gesagt, Gewürze sind rübergekommen, aber nichts, dass ich jetzt an irgendwie, ja, wie gesagt, Politur denke oder schwarzen Kaffee oder Mokka-Schokonoten. Das habe ich alles nicht. Gut, nehmen wir ihn mal. Vorhin, vor einer Stunde, die Signatory-Abfüllung gehabt mit 43. Hier merke ich doch ordentlich mehr Kraft. Der Signatory kam jetzt nicht schwach rüber, aber hier habe ich einen starken Mold. Diese Citrus-Eindrücke sind da. An denen hangel ich mich gerade entlang. Wie gesagt, dann wird es am Gaumen leicht, leicht trocken werdend, also so mini, minimal. Und da kommt dann eben auch so ein Hauch europäischer Eiche durch, an die ich denken muss. Es wird so minimal trocken und geht so ganz leicht Richtung Zartbitter. Dazu kommt ein diffuser Gewürz-Mix, aber nichts Handfestes. Dazu von meiner Citrus-Note, ja, spanne ich irgendwie so einen Bogen Richtung Bären. Trauben sind jetzt weg, rote Trauben, äh, rote Bären, Entschuldigung. Da fehlt dann irgendwie so ein bisschen, irgendwie was Ledriges oder, oder etwas Holziges, Stärkeres. Oder, sag ich mal, dieser Part wird nicht erfüllt. Er bleibt fruchtig. Wie gesagt, dieses Holz mit diesem leicht europäischen Eindruck am Ende setzt so einen kleinen Gegenpart. Ja, also schon deutlich langweiligere Sherry-Finish-Abfüllungen bekommen, gerade mit zwölf Jahren. Er ist von der Farbe ja auch nicht irgendwie totgeschlagen. Also muss man auch sagen, intensiv, aber nicht tot. Ja, im Abgang merkt man doch schon, da ist europäisches Holz dabei. Dieser leichte Takt an Trockenheit. Diese, eine etwas pfeffrige Note hatte ich auch beim Signatory. Kann sein, dass die doch aus dem Brennereicharakter mit rüberkommt. Wird dann vom Holz schön unterstützt. Leichte Menthol-Eindrücke beim, beim Abgang. Leicht mundbelegend. Für einen Zwölfer-Sherry-Finish finde ich das gut. Muss ich so sagen. Ich mag das ja nicht, wenn das so künstlich wirkt. Hier wirkt es nicht künstlich. Hier wirkt es vielleicht ein bisschen zu fruchtig. Eben moderne Spielart. Aber überhaupt nicht schlimm. Was willst du machen, wenn du heute eine Abfüllung rausbringst? Du kannst immer nur die Fässer nehmen, die du hast. Und dir nichts herbei wünschen. Das ist okay. Wie gesagt, muss jetzt jeder wissen, ob er das mit dem Preis rechtfertigen will. Ich kriege einen ehrlichen Whisky, er ist nicht gefärbt, er ist nicht kühl gefiltert, hat die 46 Volumenprozente. Das ist ja heute schon keine Selbstverständlichkeit, leider Gottes. Dann bietet er ein reichhaltiges Aromenspiel, würde ich sagen. Wird nicht langweilig. Ich vermittelt schön, was ein Sherry Finish, ein Oloroso Sherry Finish, was heißt, wie es sein kann. Also nussige Komponenten fehlen mir so ein bisschen. Ich hatte ja irgendwie so einen leichten Nussschalen-Röstaroma-Touch beim Signatory. Aber der könnte hier in der Europäischen Eiche auch untergehen. Ich habe ihn vielleicht auch etwas anders interpretiert. Achten wir nochmal drauf. Ja, also bei mir geht es eben mehr Richtung, wie gesagt, meine Schokolade. Dann kommen wieder Kräuter rein. Diffus. Aber auch hier, das möchte ich nämlich absprechen. Von mir aus bleiben wir da auch bei den gerösteten Schalen, ob die, also Nussschalen, ob die jetzt aus den Oloroso Sherry Fässern kommen. Oder vielleicht ein Bestandteil des Roy Brackler sind. Kann ich euch nicht sagen. Gut. Der hat mich schon mal überzeugt. Den würde ich weiterempfehlen, wenn einer sagt, ich gebe auch für einen 12er 50 Euro aus. Wenn einer sagt, das ist mir viel zu viel, dann möchte ich den ja gar nicht hier im Mund nehmen, den Namen. Okay, jetzt kommt gleich der 18-Jährige. Ich gucke mal eben drauf. Das war ja das Palo Cortado Finish. Lustige Spielart des Sherrys. Gehen wir gleich drauf ein. In diesem Sinne. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.